Ey man, ich kann das nicht. Olum, ist alles okay? Ich check die Hausaufgabe nicht. Komm, ich helfe dir. Danke. Was würdest du tun, wenn jemand gemobbt wird? Das kannst du nicht beantworten, weil du bist die Person, die gemobbt wird. Alles klar. Ich mache alleine weiter, Anne bitte geh weg. Iseri. Mehmet! Was? Hilf uns. Das ist keine gute Idee, aber okay. Wenn du keine Geschwister hast, woran könnte das liegen? Wir möchten nur einem Kind Liebe schenken. Wir lernen aus Fehlern. Jetzt reicht's. Tut ihr nur so, oder seid ihr jetzt wirklich einfach blöd? Und wir sind stolz, so eine Zombie-Dude zu haben. Okay, es tut mir leid. Jetzt, wir haben beide geloggt. Ich betäube meine Sinne. Olum? Ja? Ich bin ja jetzt Sahne. Ich muss jetzt Flip-Flop-Tänze lernen. Nee, brauchst du nicht. Ich kann auch keine. Ich muss lernen. Sei ruhig. Ich kenne einen Tanz, der einfach ist. Mehmet! Lauf! Emir hat einen Anschlag. Das war der Tanz. Anschlag! Fatma! Läuf unter den Tisch! Können wir das Ganze einfach abbrechen, bitte? Ich muss lernen. Meine Community will mich tanzen sehen. Sicher, dass sie das sehen wollen? Schau, wie ich mich bewegen kann. Bring die Musik! Wow, Anne! Dann sind wir jetzt fertig, ne? Mehretig! Fertig! Mehretig! Ich habe jetzt Flip-Flop-Tanz aufgenommen. Zeig! Nein, ich poste in meine Insta-Fram-Story. Ihr sehen wollt, wie ich tanze? Schaut vorbei! Okay. Aber was machst du? Ich suche einen Meeretig. Olum, was ist los? Nichts! Bist du traurig, weil ich mehr Sahne bin als du? Nein! Hast du den Spiegel gesehen? Okay, sorry. Sorry! Sexy! Ich bin deine Mutter. Genau das meine ich. Du bist traurig, weil ich sexy bin. Anne raus. Mehmet, deine Sohn weint. Nein, Anne. Ich habe dir gesagt, wir müssen die Spiegel rausnehmen. Vergrab mich. Bitte vergrab mich. Ich bin bereit. Also warum du weinen jetzt? Ich werde dieses Jahr durchfallen. Was? Shh! Mehmet! Was ist? Deine Sohn wird durchfallen. Ich habe auch durchfallen. Ich brauche Hilfe. Ich hole Feuchttücher. Ah, 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 ah. Olum. Ja? Wir haben verkackt. Verkackt? Nein, Olum. Ich habe getroffen. Oh mein Gott. Was ist? Es gibt noch eine Fatma auf Flipflop. Und jetzt? Macht uns voll nah. Diese Shisha.x. Memira.x. Und sie hat damit angefangen. Nein, das kann nicht sein. Sie ist verkackt. Fake. Schnecke. Olum. Hör auf. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Alles klar. Mehmet. Was? Es ist raus. Tut mir leid. Du warst klein und ich wollte wissen, ob Babys fliegen können. Sei ruhig, nicht das. Ihr seid nicht originale Fatma und Mehmet. Ich weiß, dass wir nicht Behinderte sind. Deswegen, ich habe dir gesagt, überprüfen wir, ob er wirklich unser Kind ist. Ich betäubere meine Sinne. Anne, wie hast du Papa eigentlich kennengelernt? Die Geschichte ist sehr emotional. Emotional. Geschlechtsmerkmal. Oh mein Gott. Erzähl einfach. Mein Geschlechtsmerkmal. Stopp. Die Geschichte. Achso. Okay. Mehmet. Was ist? Erzähl, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe die wunderhübsche Aileen gesehen. Wer ist Aileen? Ich meine, äh... Fatma. Fat. Tamogana. Ich will raus. Wow, Anne. Sehr emotional war die Geschichte. Deine Sohn will was von meinem Geschlechtsmerkmal. Wo ist die Tür? Okay, warte. Das Emotionale war deine Geburt. Wir haben uns so sehr einen Sohn gewünscht. Und haben einen Hut bekommen. Was ist los? Schau das hässlich beharrte Ding. Olum, sag das nicht so. Du musst dich selbst akzeptieren. Die Spinne. Achso. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich so aussehe wie er? Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich bin raus. Bring sie um. Ich kann das nicht. Hohl, Papa. Mehmet. Was? Bring das hässliche beharrte Ding um. Ich werfe aus Fenster. Baba, ich bin dein Sohn. Fatma, es spricht. Er wollte mich gerade aus dem Fenster werfen. Das wäre Mord. Nein, das wäre Umweltverschmutzung. Anne, ist das mein Tagebuch? Nein, Olum. Aber seit wann hast du Angst vor Barbies? Du hast es gelesen. Ich verstehe nicht Angst vor Barbies, aber du schaust jeden Tag in den Spiegel. Gib mir einfach das Buch. Baba. Fatma, da steht, ich bin glücklich, dass meine Eltern mich lieben. Gib mir sofort das Buch. Warte, da steht, ich bin glücklich, dass meine Eltern mich lieben. Wie geht es dir jetzt? Scheiße. Olum, nicht wie du aussiehst, meinst sie. Wie es dir geht? Ich betäube meine Sinne. Ich betäube meine Sinne. Oh mein Gott. Und Emir, ja, die Sahne. Wie bitte? Ich heiße Emir Bayrak. Das steht so im Pass. Du hast meinen Namen geändert. Gefällt dir nicht. Emir, die Sahne. Jetzt bist du auch Sahne, Olum. Sei Holz auf dich. Stolz. Ja, Frischkäse. Ich bin raus. Fatma, sie sind in ein Affengehege eingebrochen. Dein Ernst? Lüge. Ich habe eine Audioaufnahme bekommen. Wo bist du, Olum? Emir, Emir. Du dachtest, ich bin einer der Affen? Nein. Olum, bist du es? Ich habe dich gefunden. Ich liebe dich. Kann ich mich freiwillig einsperren lassen? Olum. Was gibt es heute? Ich bin jetzt Rapper. Rapper. Hey, Anne, du kannst nicht mal rappen. Was hast du gesagt? Ich habe schon einen Song aufgenommen. Was schon? Oh mein Gott. Fatma, die Sahne. Ich bin Sahne. Du bist Sahne. Warte, das stimmt nicht. Schau mich an. So viel Sahne. Das gibt es sonst nicht. Du in den Laden. Siehst du nur Sprüh Sahne. Hier ist das Original. Das kriegst du nicht. Yeah. Wenn ihr den Rest hören wollt, kommt zu Insta-Fram. Mein Sohn hat da nur 80.000 Follivers. Das ist peinlich auf TikTok. 1,5 Millionen. Also rettet ihn aus dieser Situation. Das tat weh. Also ihr wisst Bescheid. Wenn ihr den Rest hören wollt, Insta-Fram. Emir. B-Y-R. Ich muss das alles erst mal verarbeiten. Also ihr wisst. Hier kommt der absolute Punkt imרי Untertitelung des ZDF, 2020